Wir durften bei einem Kunden den alten Elektroboiler mit einer neuen Brauchwasserwärmepumpe ersetzen. Ein Boiler macht bis zu einem Drittel des gesamten Stromverbrauchs eines regulären Haushaltes aus. Man hat hier also riesiges Sparpotenzial. Das Modell, das wir einbauen, ist von der Firma Domotec, ein Markenführer in der Schweiz im Bereich der Brauchwassererwärmung. Nachdem der alte Elektroboiler entleert und vom Strom getrennt ist, musste ich diesen mit einem Treppensteiger abtransportieren. Bei meinen Muskelbergen stellt das natürlich gar kein Problem dar. Spass beiseite, ich bin an diesem Tag sogar noch die Treppe runtergefallen, zum Glück aber ohne Boiler. Es ist einfach keine gute Idee, mit nassen Schuhen und vollen Händen eine glatte Treppe runterzugehen. Nachdem der neue Boiler positioniert ist, schneide ich nun alle Krummstallrohre zu und verpresse diese dann. Ich sage euch, das ist genauso einfach wie Legosteine zusammenbauen. Wenn es dich interessiert, was für Vorteile eine Brauchwasserwärmepumpe hat, dann schau auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich das ganze Video zum Boiler von Domotec. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du von Brauchwasserwärmepumpen hältst. Ja. Vielen Dank.